Ich frage lieber nicht, Dr. Ja, wir haben das Video gesehen. Oh mein Gott, das hat du gesagt nicht! Ich weiß, dass wir dich sagen wollten, aber ich kann Jay nicht anlügen. Außerdem haben wir es nur überflogen, die Zeit war zu knapp. Oh mein Gott! Ich glaube, das ist wahrscheinlich der... Nein, das ist definitiv der peinlichste Moment meines ganzen Lebens. Oh nein, 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 das sollte dir nicht peinlich sein. Wenn überhaupt, solltest du lieber stolz sein. Ja, dein Körper ist der Wahnsinn. Oh mein Gott! Ich habe eine Idee. Was? Wir haben das Video überhaupt noch nicht gesehen. Ich sehe mir das Ding nicht an. Das musst du auch nicht. Ich sehe es mir an. Dann wissen wir wenigstens, womit wir es hier zu tun haben. Also los. Wir müssen das Ding aus dem scheiß Internet kriegen! Was? Warum? Ich habe es gesehen. Das sind wir. Das sind definitiv wir. Total scharf. Die Kameras, der absolute Hammer. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe dir doch gesagt, dass man in Pornos den Kerl gar nicht bemerkt. Aber ich habe ihn bemerkt. Und er ist ich. Und es ist ein scheiß Albtraum, wie das allerschlimmste Foto von dir, das du je gesehen hast. Nur, dass du darauf vögelst. Stundenlang. Was ist mit mir? Du? Du bist eine verdammte Sexbombe, habe ich dir doch gesagt. Die totale Wichsvorlage. Und jetzt bist du in der verdammten Cloud. Oh mein Gott. Was tun? Hallo? Let's machen! Hallo! Ist da jemand? Ich frage jetzt zum letzten Mal! Ist jemand da? Hey! Hey, Kumpel! Hey! Wie geht's denn, Mann? Wir hatten Lust auf ein kleines Abenteuer. Was für ein Abenteuer? So etwas wie, ja was, wie eine Schnitzeljagd. Weißt du, was das ist? Ein Spiel. Aha. Und das heißt, aufbrechen und eindringen. Was? Mom, vielen Dank, dass du von einem Moment auf den anderen eingesprungen bist. Danke. Oh, mach ich doch gern, Schatz. Mach ich doch gern. Danke. Oh, Annie. Ist alles in Ordnung? Ja. Ja, alles gut. Ja. Und du und Jay, bei euch auch? Ja, ich glaube schon. Sicher, dass du mir nicht sagen willst, was los ist. Ja, ich bin sicher. Naja, vielleicht ein andermal. Niemals. Es gibt Dinge, die möchte ich dir unbedingt anvertrauen und es gibt Dinge, die ich lieber mit ins Grab nehme. Okay, klingt gut. Okay. Wenn du jemanden wirklich liebst, Ich hab mir gedacht, sollten deine intimsten Geheimnisse Was hältst du davon, wenn wir uns beim Sex filmen? Beste Idee, die du je hattest. auf jeden Fall privat bleiben. Euer Video hat mir gefallen. Unser Sextape wurde auf einige Geräte synchronisiert. Und die sind alle im Besitz von Freunden. Oh Gott, mein Boss. Und der Postbote. Der Postbote? Es war Weihnachten. Wir müssen die iPads zurückbekommen, sofort. Es ist nach oben in die Cloud. Und kann man es aus der Cloud nicht runterholen? Niemand versteht die Cloud. Sie ist ein verdammtes Mysterium. Ich hab eine Idee. Wir haben das Video überhaupt noch nicht gesehen. Ich seh's mir an. Dann wissen wir wenigstens, womit wir's eigentlich zu tun haben. Wir müssen das Ding aus dem Internet kriegen. Was? Ich lenke ihn ab und du durchsuchst dein Haus. Siri, wie leistet man erste Hilfe bei einem Hund? Ich habe vier Filialen von Starbucks gefunden. Hast du noch das iPad, das ich dir geschenkt habe? Ja. Ich brauch's zurück. Habt ihr ein Sextape gemacht? Habt ihr's angesehen? Es war nur ein Scherz. Das ist der Teufel! Nein! Sitz! Hallo! Ich liebe dich. Ruf den Notarzt. Ist schon gut. Ihm geht's gut. Ruf den Notarzt.